Ich weiß nicht, ob ich da jetzt soweit weiterkomme. Das ist das Blöde, weil ich nicht weiß, ob ich alles habe. Okay, oder war das einfach falsch vorhin? Für mich sieht es jetzt so aus, wie das jetzt eindeutig ist. Ah, so. Very good. All the circles. So. Stop. Mal gucken. Okay. So. 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 So, da hat sich was bewegt. Ich kann den Blatt verwenden. Die Blatt rund um die Bildung haben sich gelockt. Ich glaube, ich habe schon diese Simples und Franklins Trophen gesehen. Wenn wir die Trophys nochmal angucken, hm? Oh, das ist dieses. Bären-Tatze. Bären-Tatze. Bären-South-Afrika dieses Kudu-Ding. Bären-Tatze. Da ist dann Asien. Das sieht so aus. Bären-Tatze. 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 Ja. Bären-Tatze. 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 Hier muss ich auch noch den Bären einstellen. So, muss ich da eigentlich noch. Genau. Und der dritte Pin. Ui! So, was war das 1500? 1587. Ah, so. 15... 87. Endlich. So, da haben wir ein bisschen Gold. Good. Okay. 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 Ich hab hier alles benutzt. Jetzt geh mal vor die Tür sozusagen. Im Haus hab ich jetzt alles gemacht. Dann geh ich mal raus. Irgendwie glaube ich ja, dass... Ich weiß, dass die alte Fläche ist damit zu tun, aber ich weiß ja nicht. Ich weiß, dass die Fläche ist, dass die Fläche ist. Ich weiß, dass die Fläche ist. Da liegt noch was. Ach, das war ja schon. Ich weiß, dass die Fläche ist. Ich würde mich begrüßen, Clarksgärtner. Was ist Symmetrie? Da wollte ich jetzt nicht unbedingt hin. Wir waren aber schnell. Hier was zu errichten. Ich weiß, dass die Fläche ist. Ich weiß, dass die Fläche ist. Ich weiß, dass die Fläche ist. Hier scheint nichts mehr Spannendes zu geben. Dass es wieder daraus kommt. Ich glaube, das Gewächshaus mal angucken. Clarksgärtner. Clarksgärtner. Es muss ein paar wenige Worte nehmen. Clarksgärtner. 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 der dieses Feuer führt. Schau hier, ich frage mich, ob jemand von diesen Papieren raus will. Dieses Thema wird wahrscheinlich für mich sinnvoll sein. Lass uns jetzt versuchen, wie unsere Brand Cells zu arbeiten. Why did Thorin leave personal belongings behind at Combside? Carmichael wrote to Franklin to tell him that he found Thorin charming expert in art history letter behind Everything that Thor Grey has left behind comes from Sir Carmichael's collection. He most probably gave them to her. But he chose to leave them here rather than run the risk of being accused of theft. It is understandable when you know just how much Lady Clark mistrusts her. Let us now try and get our Brand Cells to work. So ein bisschen abbrechen. And is Thorin poisoner. Ah. I mean, it has got anything to see here. Ich hätte nur noch ein Jahr zum Leben gehabt. Zurück nach London. Die Einstellungen haben wir jetzt auch noch gesehen. Ich könnte natürlich noch alles wieder zumachen. Wir können sie auch stehen lassen. So, Schlüssel zurück. Perfekt. Nichts anderes bleibt mich hier. Lass uns gehen. Also, ich würde ja... Hastings anrufen. Hallo, Hastings. Ich habe es in Charleston. Ich will take the first train. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich versuche die Lösung so schnell wie möglich. Natürlich. Aber welche Dokumente willst du lesen? Du wirst meinen Freund sehen. Und damit sind wir am Ende dieses Videos angelangt. Wenn es euch gefallen hat, ich habe noch jede Menge mehr Videos in meinem Kanal. Schaut rein. Abonniert. Unterstützt mich finanziell auf Patreon. Würde mich freuen. Tschüss und vielen Dank. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wenn du das so chce hast, das so slowt, ist es leicht aussieht. Ich werde das sofightakah. Also, da ist ein sehr gut Effekt. Untertitelung des ZDF, 2020